Green flag dropped, the Porsche immediately shot into the lead, out dragging Rebson down the pit straight away and through turns one and two. Es geht dem Sieg entgegen, endlich hat es Porsche geschafft, zum ersten Mal Gesamtsieg in Le Monde. Und die Chinonen ist inzwischen allein auch weiter fuhr, fährt präzise wie ein Uhrwerk seine Runden und gewinnt unangebrochen. Draußen macht auf dem Deutschlandgebüt der Turbo Porsche noch einen verdienten Doppelsieg. Die Porsche-Ingenieure haben sich den Spaß erlaubt, einen Versuchswagen so zu beschriften, als ob es ein Schweinchen wäre. Und schon liegt ein Porsche 917 vorn. Es ist Vito Rodriguez, ein Rumsatz-Sieger für Porsche.